Yo Leute was geht hier ist der Shaker Games und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie gesagt Leute, heute mein Video, es geht nicht ganz lange, ich muss ja auch gleich auf den Punkt kommen. Es geht um ein bestimmtes Event, was mir wirklich am Herzen liegt und was vielleicht sogar das größte Event ist, was ich je gemacht habe. Es wird ein 24 Stunden Stream geben von mir und meiner Crew. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einen 24 Stunden Stream machen und ich möchte den wirklich durchziehen. Am 25.05. werden wir den durchziehen Leute. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall alle dabei seid. Es wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Ja Leute, ich brauche jeden, 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 der diesen Stream mitmacht. Er muss nicht 24 Stunden dabei sein, das reicht aber auch, wenn er 10 Stunden dabei war oder so. Er ist trotzdem, dass er irgendwie aktiv dabei war. Wir werden Giveaways machen, wird auf jeden Fall dabei sein, Giveaways. Dann werden noch andere Sachen dabei sein und kurz vorab übrigens, jetzt hier unten, das ist einfach nur Gameplay von FIFA von meinen Packs, die ich gezogen habe. Ja, ne, auf jeden Fall wird es ein richtig geiles Event Leute. Ich hoffe einfach wirklich, dass wir am Start sein. Das würde mir halt richtig am Herzen liegen. Ja, ich möchte halt jeden irgendwie hier haben oder jeden aktiv dabei haben bei diesem Projekt. Und das wäre halt wirklich geil. Ja, wir machen verschiedene Sachen wahrscheinlich. Also geplant ist noch nicht viel. Aber was zum Beispiel geplant ist, dass wir GTA spielen, dass wir zum Beispiel Pro Club spielen, dass wir das machen, dass wir dies machen. Wahrscheinlich auch Regen League, weil es nämlich am Wochenende ist. Und ja, es wird auf jeden Fall nice, ja. Die Crew besteht aus Leon, Momo und Björn. Ich glaube, ich müsste die kennen, ja. Also Leon zumindest. Leon, Normand, der war öfters dabei, bei mir auch beim Streamer. Den müsst ihr kennen eigentlich. Naja, na, das war es jetzt eigentlich schon. Wie gesagt, ich möchte halt wirklich nur durchsprechen, dass wir ankündigen, dass ich einen 24-Stunden-Stream mache. Mit Leon zusammen und meiner Crew. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid alle abends dabei. Es wäre ehrenhaft. Und vergesst auf jeden Fall nicht, euch das irgendwie einzuschreiben im Kalender oder alles. Und ja, wie gesagt, es kommt alles vor. Ja, ich würde sagen, das war es schon, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Viel Spaß noch und ciao.